moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem zombie video möchte ich euch zeigen wie ihr den helikopterschützen verdoppeln könnt leute wie ihr seht benutze ich den helikopterschützen gerade und wenn ich ihn verlasse habe ich ihn nochmal und kann ihn wieder einsetzen so das ganze ist sehr einfach wie das ganze geht zeige ich euch jetzt hierfür braucht ihr 300 seltenen schrott leute dann kauft ihr euch in der werkbank den bogen dann verlässt ihr die werkbank und kauft euch danach für 250 seltenen schrott den heli wenn ihr das gemacht habt liegt der bogen auf dem boden und ihr habt den helikopterschützen im inventar wenn ihr den jetzt benutzt leute müsst ihr aufpassen ihr dürft ihr nicht auslaufen lassen also ihr müsst bevor der heli ausläuft den heli verlassen damit ihr den zweiten benutzen könnt so wie ihr seht habe ich den zweiten heli jetzt und den kann ich benutzen halt man muss ein paar sekunden warten sonst steht da nicht bereit aber danach geht es eigentlich so wie ihr seht habe ich den heli und den könnt ihr benutzen bis zum ende weil danach habt ihr keine was ihr nun machen könnt leute ihr könnt den bogen wieder aufheben und wieder ein helikopterschützen kaufen ich habe jetzt zwar nicht genug schrott aber wenn ihr danach wieder ein helikopterschützen kauft habt ihr wieder zwei stück das war es dann auch schon mit dem video leute ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja schreibt mir doch in die kommentare lasst ein like da und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video